In Lexington vor unserer 15. Minute Pause denkt nur noch an der Gewichtsklasse 66 KM im Freistil Fabian Haffel für die Eiste Lüge gemacht und sein erster Kampf in der Saison für die Telefone der Dörber Thorsten Hennig Ja, schön! Thorsten Hennig Thorsten WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR